Hallo meine Freunde, heute koche ich für euch Barschisch Karottensuppe. Ganz einfach, wenige Zutaten, so schnell und lecker. Auf was warten wir? Machen wir anfangen? Zuerst Karottenschädel und Scheiben schneiden. Für die Topping ganz feine Scheiben schneiden. Zwiebel, Schäle in Steifen schneiden. Mit etwas Öl im Topf, Zwiebel und Karotten dazu, ca. 7-8 Minuten anbraten. Mit Gemüsebrüchen ablöschen. Weiter mit Salz und Pfeffermülze. Die Gemüse beigogen. Zwischenzeit braten wir die Karotten. Etwas Öl in Pfanne, Karotten dazu, ca. 3 Minuten anbraten. Dann mit Salz und Pfeffermülze. So, das ist für die Topping. So, die Karotten sind egal. Jetzt in den Mixer geben. Ganz fein pürieren. Ganz einfach und fertig. Jetzt noch mit gebratten Karotten und Petersilie toppen. Wie meinst du? Sofern angucken, oder? Vielen Dank, gut Zuschauen. Bis ein anderes Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!